Okay. Ja, das ist zu hoch, oder? Ja, ist ja gut, es war zu hoch, ich weiß es. Kann ich das eigentlich direkt machen? Ja. Warten wir mal den. Fährt den in der Mütze. Dann machen wir einen. So, jetzt muss ich damit noch einen machen. Hört das schon? Ich denke nicht. Gut. Use the Trebuchet to destroy the gate. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Und wir können mit dem Auto fahren. Das würde ich mal so schätzen. Ja genau, etwas im Weg. Ich kann immer noch den Trebucher verwundern. Vielleicht wird es mir helfen, dass ich da hinbekommen. Achso, ja, ja, verstehe. Macht Sinn. Also erstmal wieder zurück. Was ist denn hier aus, glaube ich? Ne, Moment. So, und jetzt das hier wegziehen. Okay. The rotation on the trebuchet should be enough to pull that rope. Okay, das ist nicht. Okay, das ist nicht. Okay, das ist nicht. Okay. Achso, und wenn ich das jetzt drehe. Was dann schon reicht. Ah ja. Dann ist es richtig gemacht. Ein Stück. Oh, das sollte nicht. Ne, zurück. Nein, das war blöd. Ach, kann man nochmal machen. Muss halt eigentlich reißen. Oder auch nicht. Machen wir nochmal. Und nochmal. So, jetzt reicht es. Kaboom. Ja, genau, ist klar. Ist klar. Bluetooth, ja, das ist richtig. Oh, nein. Ich hab mich da missen. Das ist ja gar nicht passiert. Ja, das ist ja gar nicht passiert. Okay, das ist ja gar nicht passiert. Ansonsten. Ach, das ist ja gar nicht passiert. Ach, das ist das. Ich weiß gar nicht passiert. Du wirst das gesucht. Okay. Ach, das ist ja egal. Du wirst du wirst. Okay, den hätten wir schon mal erledigt. So, jetzt kann ich das einfach hier hinziehen und dann da rauf. So, dann hier dran springen. Festhalten. Nach links. Mal dran springen. So, jetzt. Jetzt ist es komisch. Ah ja doch, gut. Okay. Passed. Gatecrash, break the ice from the beer and fire the trim machine. So, moment. Okay. Okay.